Moho Leute, was was geht und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Five Nights at Freddy's Video auf meinem Kanal, Leute. Langsam leicht ich das, glaube ich, auf dem Ende zu, denn Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der fünften Nacht, Freunde und, äh, fünften Nacht. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei der vierten Nacht, Freunde und, ähm, ja, Digger, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es, Leute, sein wird. Beim letzten Teil, wisst ihr ja, das haben wir gerade, glaube ich, noch knapp geschafft gehabt. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es heute ablaufen wird. Check gerne, auf jeden Fall, die anderen Teile daraus, Leute, sind auch sehr, sehr nice geworden. Ähm, ich werde auf jeden Fall versuchen, darauf zu achten, dass ich auch den Namen richtig erwähne, wenn ich was falsch sagen soll, tut mir leid. Aber ich würde sagen, Leute, wir starten einfach mal direkt. Let's go! Night 4. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es heute laufen wird. Und, ja. Okay. Ja, natürlich kriegen wir wieder einen Anruf. Okay, alle drei sind noch da. Scheiße, Bonny ist weg. Scheiße, Leute, Bonny steht da. Scheiße. Scheiße. Chica ist auch weg. Und die Chica ist hier. Ich will versuchen, zu halten, bis jemand checkt. Vielleicht wird es nicht so gut sein. Ich habe immer gefragt, was in all diesen empty Heads waren. Back there. Ich weiß. Ich weiß nicht. 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 Der Chef ist gerade gestorben durch Freddy. Ach, du Kacke, Junge. Was passiert da gerade? Boah, alle drei sind ja weg. Da sind weiße Augen. Scheiße, 56 Prozent. Shit. Das ist nicht gut. Bonny steht da. Okay, Bonny steht noch da. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, Leute. Was geht hier gerade ab, Digga? Okay, Kamera ist kaputt. Okay, Bonny steht immer noch da. Das gefällt mir um ehrlich zu sein. Das ist eigentlich so. Okay, Chica steht da. Bonny ist weg. Was war das? Ach, oh shit. Das war Foxy, glaube ich. Der Fuchs war das. Du Scheiße, habe ich mich erschrocken. Meine Fresse, was war das? Ach, du F***. Ach, du Scheiße. Leute, was war denn das? Verkackt. Wir haben verkackt. Wir haben verkackt, glaube ich, oder? Das ist verkackt. Oh shit, Digga. Oh mein Gott, Junge. Das war so reingeschissen. So Leute, das ist jetzt auf jeden Fall mein letzter Versuch. Ich spiele das jetzt zum dritten oder vierten Mal gerade. Okay, so wir sind jetzt auf jeden Fall hier. So, okay, da kommt auf jeden Fall der Anruf. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz auf die Camps. Okay, alle drei sind noch da. Das Bonny ist weg. Fuck. Ich spiele mal kurz wieder mit den Lichtern. Da ist keiner, okay, das ist schon mal sinnvoll. Oh, Chica ist auch weg, Leute. Wie gesagt, Chica ist auf jeden Fall da oben. Du Scheiße, hab ich mich erschrocken, Digga. Ey, den hasse ich am meisten, Digga. Okay. Alles scheint schon mal gut zu sein. Hier ist keiner. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht schon wieder jemand auf mich zugerast. Okay, die stehen beide da, Digga. Das ist nicht so gut. Oh, scheiße. Bonny ist weg. Okay, da war er. Oh, Chica und Bonny stehen beide an der Tür, Digga. Okay, Chica ist noch da. Bonny ist auch noch da. Okay. Komm, geh doch einfach weg. Oh, okay, Chica ist weg. Chica ist weg. Bonny steht aber noch da. Chica steht da, okay. Ah, alles ist gut. Ja, Bonny steht immer noch da. Die geht einfach nicht weg. Ist das aber Bonny weg? Okay, das ist sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay. Aber wo ist Bonny? Sie ist nicht bei den Kameras. Vielleicht steht die an der Tür oder so. Keine Ahnung. Aber ich trau mich, ehrlich gesagt, nicht jetzt auch andere Kameras zu gucken. Bleibt besser bei diesen Kameras hier unten. Okay. Ah, wir haben zwei Uhr nebenbei. Ist mir gerade aufgefallen. Scheiße, die Camps sind kaputt. Fuck. Nein. Bonny ist weg, okay. Wo ist Bonny, Digga? Ich sehe Bonny die ganze Zeit nicht. Scheint alles gut zu sein. Aber ich höre gerade irgendwelche komischen Gräu... Okay, da war Proxy. Gut. Hauptsache, der rennt mich schon wieder auf mich zu. Ich höre so... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich habe Schritte. Ja, deswegen habe ich Schritte gehört. Scheiße. Die Camp ist kaputt. Ich glaube, jetzt wird Chica da stehen. Gleich wird Chica da zu 100% stehen. Ja, da ist Chica. Bonny steht immer noch da. Es ist 3 Uhr, Leute. Wir haben 6,48%. Könnten wir schaffen. Chica steht da noch. Und geh einfach weg, Bonny. Geh einfach weg. Komm. Jetzt ist sie weg. Okay, sehr, sehr gut. Okay. Sehr schön. Das gefällt mir. 38% bei 3 Uhr, Leute. Wird gefährlich. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen der Power, Leute. Ich habe nicht mehr so viel. Für 3 Uhr ist es ein bisschen wenig. Geht auch schon Foxy. Ich glaube, das ist Foxy, Leute. In 4 Uhr 29%. Okay, Leute. Das könnten wir schaffen. Das könnten wir theoretisch schaffen. Aber Leute, einfach der Chef ist gestorben, Digga. Durch Freddy. Ich habe Schritte. Ich glaube, Chica ist hier. Oder Bonny. Irgendwer in denen ist gerade, glaube ich, hier. Ja, okay. Bonny steht da. Chica ist da ganz normal. Hä? Wo ist Bonny schon wieder hin? Bonny steht auch schon wieder. Läuft eigentlich ganz okay bis jetzt. Komm schon. Chica stand da direkt neben der Tür. Bonny ist hier. Chica ist auch da. Okay. Wird schwierig, Leute. Ich höre, das wird schwierig. Das könnten wir schaffen. Aber es wird ganz knapp. Du Scheiße. Ich dachte, ich habe diese Freddy-Sounds gehört. Aber ich gucke da Bonny. Oh, Scheiße. Es stehen schon wieder beide da, Alter. Nein. Nein. Fuck. Wir haben 5 Uhr, Leute. 13 Prozent kommen. Sehr gut. 7 Prozent. 5 Uhr. Wir haben jetzt 6 Prozent. Okay. Wird schwer. Wird schwer, Leute. Ehrlich. Ich gucke. Oh mein Gott. Hä? Haben Sie verkackt? Ist er noch reingekommen? Ich glaube, wir haben verkackt. Hat er es noch reingeschafft? Ich glaube nicht, gell? Aber Power hatten wir doch noch, Leute. Wir hatten doch noch Power gehabt. Das wird so ein Jump-Skill, Leute. Was? Wir haben es einfach noch geschafft. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir haben verloren, Digga. Es war so knapp. Oh mein Gott, Digga. Ach du Scheiße. Leute. Ich beende jetzt erst mal das Video. Das war es von mir. Wenn es euch gefallen hat, Leute. Lasst gerne einen Like da. Abonniert vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum fünften Teil. Bis zum fünften Teil.